Hallo Hedge, Willkommen zum ersten Video von Tricky Towers hier auf dem Kanal. Da haben wir gedacht, wir spielen das Spiel auch mal. Da haben wir ganz schön viel Spaß gehabt in der Vergangenheit. Da muss ich dazu sagen, ich bin in dem Spiel. Nicht wahr? Ja, ich bin richtig gut in dem Spiel. Vor allem in Rize-Spezial. Rize-Spezial, ja sowieso die ganzen Spezialen hier. Na ja, schauen wir mal, wie es heute wird. Geht es direkt los mit dem Rennen? Rennen-Spezial. Ja, Rennen-Spezial. Richtig, das ist nicht stabil, doch. Das ist in die Höhe. Rennen-Spezial. Wo man am Ende auch in die Höhe bauen muss. Da ist man nicht. Da geht schon los. Da geht schon los. Da geht schon los. Ich bin so los. Ich bin so los. Ja, ich bin so los. Das ist schon los. Oh, ja. Ich bin so los. Na ja. Das ist so los. Ich bin so los. Ich bin so los. Und wie ist denn dann? Ich bin so los. naja er macht natürlich nicht und ich will mich bei den stieg auch ne ich hasse es oh ne nein ich hatte hier schon verkackt nein Nee, das wird auch nicht geklössert. Komm hier nicht, ich werd das nicht herkriegen. Jetzt hab ich ne andere Unterlagen. Der Kante, der fällt eh runter. Ja, bleib steh. Ja, bleib steh. War kacke. Ja. Ah, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ah, nein. Nein. Hahaha. Komm mal. Es hält, nein. Es hält, nein. Nein, nicht. Danke schön. Jetzt hält es die. Komm schon. Ah, jetzt ist es gerade, ey. Willst mich eigentlich verarschen? Hahaha. Geht doch schon gut so aus der Spiele, oder? Naja. Das ist das Erste. Ich könnte irgendwie Rätsel oder so machen. Überleben nix. Ich weiß nicht, was das läuft. Überleben speziell. Naja. Ja, wir haben den noch. Nao, wir haben ihn in der Mitte. Ja. Äh äh. hehehe hehehe hier hin ooo ooo jetzt hab ich schon ein bisschen schief bei mir Säht nicht gut aus. Meht ihr dir auf. Seite desu. Meine. Oh, das sieht nicht gut aus. Seite desu. Oh, komm. 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 Wer ist dein? Wie für die ein... Der will von Willis? Der Gericht, den den ganz sisters. Wie wie wie... den Arsch. Aber wie du bist... Na komm komm komm. Nein. Kdo. Das ist wieder so kalt. Siehst du, Lacher? Oh ja. Diese scheiß Eisau. Oh, ist der andere. Ah, nee. Komm jetzt schnell. Ich bin. Warte, Wacken. Das Eis war doch nett, oder? Ja, bis jetzt war mir nur weg. Ich bin mal lieb. Einfach. Es ist nicht einfach. Ich bin mal lieb. Ich bin mal lieb. Ich bin mal lieb. Oh, okay, die schon. Nein, 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 jetzt steht er schief, jetzt steht er nicht mehr schief. Nein, 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 nein Ich finde man sollte die gleichen Dinge haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich finde es sehr schön. Ich bringe dir das. Oh... Oh, ich habe mich wirklich gelegt. Wow... 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 Ah, schau! Ja, schau! Wieder so knapp, ne? Wieder so knapp, ne? All the big rocks, put it on my way, didn't cost me to forsake Wyll, you off, why would you do that? Yeah, yeah, yeah! Yeah, 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 yeah Yeah! Meine Güte, in dem Moment, wo ich ihn runter ziehe, kippt er um. Ah. Ah. Ja. Ah. Nee. Ich muss jetzt hier experimentieren. Ah, wenn ich den auf der Kante setze, kippt er um. Komm ein. Warum machst du es, wenn du es weißt? Ja, ich habe versucht, ob es nicht da funktioniert. Ah, es funktioniert nicht. Heißt ja, in dem Moment, wo ich ihn runter ziehe, kippt er um und schubst ihn weg. Okay. Puh. Fast 10. Mehr als so. Ja. Naja. Jetzt kommt auch ein Fall. Naja. Ich wäre dann der letzte für die heutige Folge. Ah, den wollen wir natürlich ganz gut beenden. Ah. Das war eine doofe Idee. Warum? Ich denke, er hält mich hier. Da wird er mich halten. Wie der mir einfach nachmacht, ey. Ich auch gar warte, ob es nicht besser wäre. Oh. Der ist oben an der Kante. Ah, den setze ich da nicht. Ich überlege, ob ich das machen soll. Ja, mach das. Komm. Und dann zieht er dir drei, vier Blöcke mit runter. Oh. Warum kippen die nicht um? Warum kippen die Blöcke nicht um? Du hast gewonnen. Weil die gut zusammengebaut sind. Schön. Ja, das war's für die heutige Folge. Am nächsten Mal geht's dann weiter. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.